Moin, herzlich willkommen bei LB-SQ Video mit dem guten Zocker Und wünsche euch viel Spaß mit dem Video So, eingeparkt Ja komm, ich sparte mal Bevor er mich wieder Haftbomben ans Fahrzeug macht Nix damit umfahren Das war knapp Das war knapp, das habe ich doch gesehen Das habe ich doch gesehen, du Nee, das gibt's doch nicht, ey Paar Sekunden später Zwangseinweisung, das passt für Friedländer ja richtig gut hier gerade Für den CSU-Dings Bist du ready? Ja Dann spielen wir mal Die vorletzte Mission, glaube ich Ja, der ist teuer Der ist teuer, ja Na Dax Na Dax Mal gleich wieder Oh, bis gleich So kurz warten, vollgedaxt in die Entzugsklinik Oh, wir müssen ihn, oh shit Oh Gott Oh Gott, da ist der so Okay, Gott sei Dank Weil wir müssen ihm folgen Wir müssen ihm da hin folgen Ich habe schon markiert Folg mir einfach Ja, der ist noch nicht weit Du siehst es, ja Ja, ich habe gerade meine Köpfe reingenommen Ja, nee, alles gut Alles gut Ja Ich habe, ich habe Verkehr Ja Aber, 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 aber Du hast keinen schlechten Verkehr, oder? Der war schlecht Wann mal keiner schneller fahren Warte mal Vielleicht kann ich nachhelfen Los, fahr schneller Ja Immerhin, er fährt über Rot Ruki Ja, was ist ein Lob? Ja Ja, ist voll Miau, miau Jaaaa Jaaaa Ja, wer denkt, ich will meine Katze knödel Ja, so lahm er ist, ja Ja, das Ich muss noch nicht was lieb Nee, ist noch ein bisschen Hm, ne? Alter, drei Kilometer Und der fährt so lahm Ey, da sind wir in fünf Sekunden schon da Ja, helf ihm mal, genau Wir helfen dir mal, Dax Alter, dein Gesichtsausdruck beim Schieben ist voll motiviert, gerade im Auto Woah, der Bus, oh Gott Woah, ich hab grad die Kamera zurückgemacht Junge, wisst es einfach Woah, mein Herz, ey Ich brauch ne neue Herzklappe Woah, hoho Das war Schrecksekunde des Jahres wieder Ja, geradeaus Das stimmt nicht ganz immer, die eigenen Navi-Dinge Sag mal, wo fährt er denn jetzt? Nimm doch den kürzesten Weg, Dax, Alter Weil der zeigt ja eigentlich immer den kürzesten Weg hier an Immer sofort, naja Ja, dahinter wäre die KI Ja, die KI denkt sich ja, wir müssen da lang fahren Ich glaub, so lahm er fährt, können wir Dax gleich in eine Entzugsklinik einweisen Ich glaub, das kommt er hin Was macht er denn? Was macht er denn? Was macht er denn? Wo will er hin? Will er überhaupt gar hin, wo es hingeht, Alter Ich glaub, er biegt hier ab jetzt, oder? Nein, natürlich nicht Zwei Stunden später Alter, wo will er denn hin? Du musst da rechts Was macht er denn? Was macht er denn? Guck mal, ist er deppert, oder was? Hat er so viel getrunken, oder was? Ja, anscheinend wohl Oder fährt Lamar Oder Lamar Hat er heute das vor, oder wie? Äh, Labrad 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 Ja, ist doch fast der gleiche Lamar ist der, 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 der andere von Franklin da Ich glaub, er fährt hier, also So wie der fährt hier Könnte da Lamar Ja, kann sein Vor allem, er fährt vorm Schulgebäude Trinkt niemals vorm Schulgebäude und fahrt besoffen Bloß nicht Das ist wieder eine gute Message hier, nicht Er liegt wieder da und wartet Das ist überhaupt keine gute Message, nein, nein Und miau miau Ah, schneller du Frau Na jetzt ist er eigentlich nur noch geradeaus hoch und einmal rechts abbiegen Ja, wenn, wenn Nachtigang für ein bisschen ohne ist, dann haufe ich da auch so Ja Drei Tage später Will er jetzt rein? Ist er wahnsinnig? Okay, tschüss Äh, warte Okay Ah, er wollte uns Schutz geben, okay Äh, er hat mich durch Aua Sag mal, warum fahr die auf KI? Ja, die KI hat mich hier gerade gut mitgenommen Das ist unsere Okay Ich geh in Deckung Nein, nicht den Der wird auf die eigenen Leute schieben Ja, ich geh zum Auto Okay, wir haben einen verloren Oder auch ne Keiner weg Der nächste ist down Müssen wir da rein? Ich glaub wir müssen sogar da Ja, wir müssen uns da rein auch noch Ich warte mir mal rüber Ich bin wahnsinnig Ich warte mir mal rüber Ich bin wahnsinnig Sehe ich da noch welche? Da ist einer Jawohl Einer noch Dann gehen wir rein Ja, wenn er mal vorgucken würde Die Sau Da Hab ihn gleich Nein Warte mal die Knarre da Jetzt hab ich ihn Noch auf die Klappen schießen Hahahaha Ich warte auf dich Ich warte auf dich Okay, die anderen kommen alle auch Ey Mädchen Ziel nicht auf mich, ja? Boah Zocker die Powerfrau will hier auch Wow Oh Oh nein Oh nein Dazu wieder die LCD-Dinger Ähm Wieder mit Hasen Oder was? Anschein Wann mal der Pfeil sagt hier links Da rechts Also da durch Die hochbestimmt, ne? Hä, wo bist du? Hab keine Ahnung Hier glaub ich Sobald es hier angezeigt wird Ja, da oben sind welche Wow Äh, Hilfe? Was ist das? Ey, ich häng fest Nein, ne? Geil, ich hab mich festgepackt Nein, ich hab mich festgepackt Komme ich hier noch raus irgendwie? Ich komm nicht raus Oh, shit Das ist großartig Okay, mach das Ja, mach das Ich hab mich festgepackt So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde Und man einen neuen anstellen musste Okay, Whitescreen Okay, ich falle Ich falle Ah, voll in dem Pool Ich bin frei Da ist ein Hund Hä? Wen soll ich abknallen? Ah, okay Alter, was ist hier los, eh? Nein, ich liege, Hilfe! Nein, ich liege, Hilfe! Äh! Alter Was ist hier los? Bigfoot, allen überall Scheiß Katze Scheiß Katze Scheiß Katze Außer Rocky Du ne Scheiß Katze Außer Rocky Du Kannst du mir mal helfen, hinter dir? Äh, hinter mir Oh Gott Äh! Bitte? Alles klar Ich bin ne Scheiß Katze Alles klar Dachse in Unterhose Alles klar Ich frag nie nach Okay, ich liege Du ne Katze Falle wieder Dann mir ran, wieder in den Pool Okay, neben dem Pool Boah, Alter Ich will nicht schwimmen, aber danke Ah, Katze 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 Wo? Hinter dir war die gerade Ich hab die Ohohoho Okay, die lebt Die lebt Äh, wieder Katze Ich kümmere mich um die Katze bei dir Alter, du sollst auf die Katze zielen Oh Wo? Welches Monster? Schamakoff Schamakoff Okay, alles klar Alter, Freedlander Warten in Ruhe Nein! Gut, dass es keine Lebensdings gibt Ab wieder in den Pool Auf ein neues Jetzt müssen wir die Friedlanders killen Hilfe Alter, LSD Party wie sonst was hier Boah, man kann null zielen mit dem LSD Hehehe Den einen hab ich Gut, dass man hier nicht sterben kann Gut, dass man hier nicht sterben kann Gott sei Dank, muss man dazu sagen Okay, mir wird hier ein Pfeil angezeigt Ah, ich hab den doch, man Schade Vor allem deinen Therapeuten finde ich schön Schalte deinen Therapeuten Und den würde ich niemals Therapeut nehmen wollen Wo bin ich denn da? Oh, Kopfschuss, nice Ich renne, ich renne einfach rein Ja, hab ich eben auch gemacht Ja, hab ich eben auch gemacht Ich bin grad hier in Deckung Hab den am Bein erwischt Super Friedficker Hehehe Oh Gott, was hier? Ah, Dax, okay Ich muss dich jetzt live töten, okay? Du musst dich, äh Hehehe Oh, ich muss Sokka töten Was? Sokka, ich will dir auf dich schießen, aber ich muss Vor allem dein Ego, das Sokka ist Ego hier, aber okay Ja, Dax steht hier nur noch blöd rum Ja, hab ich auch erst gestützt Sorry Sokka, ich muss dich killen Ja, aber nicht auf mich dann Naja Ja, ich weiß nicht mal, welcher welcher ist Ja, ich Bin hier für mich nah am Brunnen Okay, ich bin grad am Brunnen gefallen, das siebte Mal Da ist mein Ego Ich muss mich selbst killen Moment, welcher bin ich? Ich weiß nicht mal, wer welcher ist Ich schieße einfach nur Ich bin direkt neben dir, also Sokka tot Oh, jetzt muss ich dich töten, ne? Mach das Machst du ja immer Okay, ich kann auch Dax töten Nein, ich bin schon wieder tot Alter, so oft wie ich schon wieder im Brunnen fahre Ich bin so ein schlechter Schütze, ey, heute Ah, die Rippen gebrochen Einfach voll die Rippen gebrochen auf der Mauer So Warte mal, ich spring hier rüber und geh hier in Deckung Bin hier auf der sicheren Seite Oh, da haben uns Dax Was? Alter 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 Was ist passiert hier? Oh Gott Er ist defo... Er hat eine Epilepsie-Warnung in dieser Folge Kämpfe nicht dagegen, lass los Nee, ich lass gar nicht mehr los Jawohl, ich hab mich selbst getötet, nice Zocker gekillt, leider, sorry Lass los Was für ein Karussell Das Karussell hier oben? Keine Ahnung Ah, schade Hätt' ja auch schießen sollen Außerkörperliche Erfahrung steht bei mir Ich liege jetzt Trip überlebt, oh Ah, 22.000 25.000 für so'n Schnutter, weißt du? Epilepsi-Warnung, oh Alter Was war das denn? Alter, ich brauch selbst ne Entzugsklinie, wenn's so weitergeht Na Rocky Vor allem dann haben wir das endlich geschafft Oh, schön mit Skyline hier hinten Oh, wie schön Das ist immer ein schöner Spawnpunkt Aber halt außerhalb der Stadt natürlich Ja Ähm Ne, das will ich nicht Alter, ich bin hier in Nirvana gefühlt Aua Ähm, ich muss Ne, Dux wird mir gar nicht angezeigt Dux wird mir gar nicht angezeigt Aber ich markier meine Filmschaffer Aber er auch anruft auch nie War nicht so vorschnell Bäh Malsackforg Komm ich schwammt da runter Schö Animooooooo Oh nice Aua Baum Okay, ich bin Endlich aufgewacht Nice Ach, da Wo bin ich denn gelandet? Naja Ich werde mal die beitreten Mach das Okay, du musst mir eine Einladung finden Ja, ich räume mal hier Provisorisch Äh, ja, geil Nein! 100.000 hab ich grad nochmal bekommen Ja, hast du? Ja, ich hab 100.000 Bargeld, oh Gott Das müssen wir danach unbedingt Einlagern Ja, zur Bank Müssen wir unbedingt danach Aber 100.000 hab ich noch nie eingelagert In der Koki Ne Prämie So, ich bin jetzt In deinem Firma Du könntest dann Ducks Einladen Ich musste noch zu Ducks hinfahren Äh, hättest du schon machen können Leider? Ne, ich bin die ganze Zeit schon unterwegs Ich war auf der Wo bist du gesporen? In Afghanistan? Ne, ich war auf der anderen Seite der Stadt gewesen Musste da hinfahren Okay, anscheinend weil wir da Highwind hatten Musste ja nicht wohl gesporen wollen oder was? Ja Ich war auf der anderen Seite der Stadt Ich fahr ja da schon hin Ich bin ja gleich da Ich bin grad hier in der Nähe des Casinos Ne, Wurf Da ist das D Jetzt muss ich nur noch da runterfahren Da bin ich da Außen Boah, die hab ich fast mitgenommen Aber die nehme ich mit außen Okay, die kommen dann nochmal gleich wieder Jo, bis gleich Da bin ich Boah An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen des Videos Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag Bis zum nächsten Mal Tschüss, euer Labi Auf Wiedersehen Tschüss Tschüss